Seid gegrüßt, liebe Leute, ich bin's Christoph von Readplay. Heute habe ich euch einen Kriminalroman mitgebracht, der in Australien spielt. Er heißt 55, jedes Opfer zählt und wurde geschrieben von James Delagi. Ich hoffe, den spricht man so aus. Das Ganze ist im Heine Verlag entschieden, kostet als Taschenbuch, als auch als Kinder- oder E-Book-Version 9,99 Euro. Damit habt ihr schon mal ein paar Fakten. Ich habe das Buch auch als E-Book gelesen, deswegen habe ich hier nichts, was ich euch präsentieren kann in der Hand. Ich bedanke mich beim Random House Verlag für die Bereitstellung eines Rezensionsexemplars und jetzt wollen wir uns mal anhören, worum es in diesem Buch geht. Das Ganze spielt im Outback, im australischen Outback, ein paar Autostunden entfernt von Perth. In einem kleinen Dorf, kann man schon sagen, wo der Police Sergeant Chandler sein Revier führt, richtig so ein bisschen familiär mit seinen Leuten da umgeht. Doch eines Tages erwischt er oder kommt ein blutüberströmter Mann namens Higgs in seine Dienststelle und er sagt, er wäre von einem Serienmörder gejagt worden, konnte dem nur ganz auf dem letzten Drücker entkommen. Und ja, das ist natürlich ein sensationelles Verbrechen für so einen kleinen Ort, aber das Ganze wird noch gesteigert, indem kurze Zeit später ein weiterer blutüberströmter Mann namens Gabriel hineinkommt oder gefunden wird in der Nähe des Dorfes und er behauptet genau die gleiche Story nur, dass dieser Higgs der Serienmörder wäre, der ihn gejagt hat. Also eine ganz spannende Geschichte, zumindest schon mal, was der Plot so verspricht. Aber das Ganze geht dann natürlich in die Ermittlungen und dann mischt sich der Vorgesetzte von Chandler ein, Mitch, ein alter Kumpel von ihm, der im Purse sitzt und die beiden sind damals nicht gerade in Freundschaft auseinandergegangen. Ziemlich unterschiedliche Typen, der eine will Karriere machen, der eine will lieber da im Dorf mit seiner Familie leben und so weiter und so fort. Aber es kommt natürlich direkt zu Spannungen und das ist auch so eine Geschichte, wo auch ein bisschen was in die Vergangenheit geblendet wird, alle paar Kapitel und die so ein bisschen, ja, die Brisanz ausmacht dieser Geschichte zwischen diesen beiden verschiedenen Männern. Ja, das war so der Plot, den ich euch erzählen kann, ohne zu spoilern. Wie hat mir dieses Buch gefallen? Ich bin da noch sehr zwiespältig. Es ist teilweise ein bisschen träge zu lesen, das Buch. Die erste Hälfte hat mir sehr gut gefallen, weil der Plot hat mich sofort auch beim Durchlesen interessiert und der wird auch stark und sehr gut beschrieben. Gleich in den ersten, sagen wir mal, 150, 200 Seiten kommt da gut Spannung auf und man ist wirklich neugierig, wie das Ganze weiter und zu Ende geht. Der Plot flacht dann natürlich ein bisschen ab, weil man sehr schnell, zumindest mir so gegangen und auch einigen anderen, wenn man Rezensionen liest, so ein bisschen weiß, worauf es dann hinausläuft bei dieser ganzen Geschichte. Da hätte vielleicht der ein oder andere irreführende Twist vielleicht von Delagi ein bisschen der ganzen Sache ein bisschen mehr Pep gegeben. Dann wird es auch ein bisschen träge, was die Beschreibung der Gegend angeht. Natürlich ist das Outback in Australien sehr eine öde Gegend, die gerade mal von den Gefahren durch Tieren und so weiter lebt. Und viel thematisiert wird auch, dass Leute da vermisst werden immer wieder. Aber wie gesagt, das ist nur ein Teil dieser Geschichte. Im Großen und Ganzen war es ein unterhaltsames Buch, wie ich finde. Ich finde, Delagi hätte viel mehr rausholen können, gerade was diesen Plot betrifft. Und den hätte man auch spannender machen können. Nachher geht die Auflösung teilweise auch zum Beispiel vor allem die Begründung dieses Serienmörders, wer immer es jetzt ist von den beiden, auch in die Richtung, die man schon so aus einigen Thriller kennt, so ein bisschen eine sehr an den Haaren herbeigezogene Begründung. Aber es hält sich alles noch im Rahmen, lässt sich ganz gut lesen. Und man macht auf jeden Fall keinen Fehler, wenn man dieses Buch liest. Allerdings kann ich nicht mehr als wirklich schon sehr gute drei Sterne von fünf dafür verteilen. Für 55 geht es auf erzählt von James Delagi. Also, ihr müsst euch entscheiden, ob ihr es lesen wollt. Wer Interesse hat an den Geschichten aus dem australischen Outback mit dieser ganzen Gegend, mit dieser Ödnis, mit den Tieren und so weiter und so fort und mit den Menschen, die da leben, der kann sich das sicherlich holen. Ich bin jetzt auch kein Experte, Australien-Experte, der sagen kann, ob das alles perfekt und gut beschrieben ist. Aber es hört sich alles so an, als wäre es schon gut recherchiert. Also, das war es mit meiner kleinen Buchvorstellung von 55, Jedes Opfer zählt, dem Kriminalroman-Thriller von James Delagi, der in Australien spielt. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Es gibt noch einige schöne Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe und die ich auch vor der Brust habe. Und darüber werde ich zumindest teilweise auch berichten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao, bis demnächst. Euer Christoph von Replay.